Was geht ab ihr Zocker und willkommen zu einem neuen weiteren editierten Gaming Video und diesmal habt ihr es ja wahrscheinlich am Titel schon erkannt, also es ist wirklich ein komisches Video geworden, hat auch mega Spaß gemacht, wir zocken jetzt wieder eine Runde Call of Duty Black Ops Cold War Warzone Also ich merke gerade, ich habe das wieder richtig schön in die Länge gezogen, geil auf jeden Fall Und ich und ein Kollege, wir haben zusammen diesen neuen Zweiermodus gespielt, so mit Überleben, das erklärt aber gleich der nette Vorspannsprecher hier, was wir da machen können Rebirth Vorratskiste, Achtung, die Rebirth Vorratskiste kann kurz nach der Verwendung erneut geöffnet werden Überleben Sie den Rebirth Countdown und verbündet zurück ins Kriegsgebiet zu holen Verdienen Sie Punkte, um den Countdown zu verkürzen Ihr Team muss am längsten überleben, eliminieren Sie Fighter oder kommen Sie dem Gas Klingt wie Warzone, nur mit Wiederbelebung Auf jeden Fall super erklärt, würde ich mal behaupten Und wir beginnen jetzt auch mit Runde 1, das, ich glaube, das lassen wir nochmal erklären Wo gehen wir hin? Freie Bahn Ja, ich würde aber nicht zu weit weg gehen Schaut euch diesen Punkt richtig gut an Das ist nämlich der Punkt, wo wir unseren ersten Helikopter-Moment haben Aber im negativen Sinne Also, gut, freu dich schon mal drauf Und so, oder sowas Geil 12 Sekunden später Alter, dein Ernst Er macht halt Kamikaze Aber er ist gestorben dabei Warum haben wir denn schon selbst Wiederbelebung? Wegen so einer Scheiß? Nein, er kann sich selbst wieder belebnen Hab ihn Was jetzt, du kleiner Kek? Dich hol ich mir jetzt, Alter Oder nee, hol du ihn dir, Philipp? Alter, das ist noch einer Shotgun, Bitch Hab ihn Nein Da kommt der Heli und macht mich platt Das kann nicht wahr sein Ja, ich sage euch schon jetzt Der Helikopter hört eine zentrale Rolle in diesem Videospielen Das ist auch mal geil Du hast was im Titel, ne? Und das fängt am Anfang und am Ende irgendwie mit diesem Helikopter an Also, sieht man auch selten Aber jetzt gibt es erstmal knackiges Gameplay Schön zusammengeschnitten Und freut euch drauf Komm, Philipp Steh auf! Yay! Schicke Friese! Ja, komm runter Ich war schon gleich nochmal bei Friese Ja, aber das sehe ich halt gerade nicht aus Da bist du jetzt schon im Zurb? Hast du überhaupt Geld? Nö, aber ich habe irgendwas markiert Ich bin auf dem Dach bei dir Oh, eine Goza Die nehmen wir direkt mal mit Richthof, ich komme Ach, die Ist der noch am Leben? Ja, der ist unten Kann ich schnell holen? Links Kili, Kili Oh, das ist noch einer Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen Warum muss man was nachladen? Weiß ich nicht Weil die bestimmt da zwei Kugeln haben Oh, fuck, Alter Hinter uns? Ich habe mich voll erschrocken Ich wusste nicht, wo der war, ne? Ich war so lost gerade Die müssen jetzt beide tot sein eigentlich, oder? Guck mal, wie süß der da liegt So, der macht Hayabubu Das ist so wie eine Videospielkamera Vor mir, in der kleinen Hütte Ja, ich bin versteckt Hoffe ich zu finden Oh, die merkt gar nichts Hau ab Oh Hast du den Partner erledigt, oder war das jetzt ein anderer? Oh, in dem Haus Aufpassen Ab ihm, K.O Der ist K.O Ah, perfekt, Philipp Oh, nein Ach, die Drecksau Philipp Stirb Das ist für Philipp Gut, ich warte hier, dann kannst du dein Zeug holen Und Kohle Perfekt 4.800 Dollar So viel habe ich auch auf meinem Real-Life-Konto Was? Tatsache Ja, schön Werde früher, ich hätte die Hälfte davon Hast du Faust gerufen? Hinter uns Ah Rechts weiter Angeht jetzt Oh, jawoll Tütti Tschüss Alter, richtig Action hier gerade Okay, wie viele leben noch? Noch 25 Philipp, hier Schild ist gebrochen Er ist K.O Schnapp ihn dir Komm, komm Ja, Mann Oh Hast du Aua? Ein paar Sekunden später So Bei 10 Nein Oh Ich kann mich selbst wiederbeleben Scheiße, diese Spritze Wo war der denn, Alter? Ich habe nicht mal die Schüsse Ah, da Der ist jetzt am Turm Feindbewegung, Feindbewegung Geh von links Ich schieße von rechts Fask, der ist hinter uns Philipp, der ist hier Nein, an dem Haus Du Camper Nein Ich werde sterben Erst, lass durch Ich habe einen Wiederbelebungstimer Oh Voll mit der Aua Bei uns ist Auslösungsrüstungslieferung Die können wir uns eigentlich direkt schnappen Ja, ich bin gerade runtergefallen Gut gemacht Squat-Vibe, Junge Kommt mich an mit der Pistel Oh, geil Oh, komm Oh, movement War das knapp Ich bei Zeug wieder Oh, der Philipp ist echt ein guter Mitspieler Kenne ich eigentlich gar nicht von dir Normalerweise dachte ich, du lootest mich jetzt aus Top 10 gleich, Philipp Oh, könnte man sich jetzt nicht einfach so eine Nuke kaufen Das wäre geil Philipp, sowas von vor uns Habe ich gesehen Hinter der Mauer Ja, der ist da Wollte ich mal gucken, ob ich die rausgelotet bekomme Da sind es zwei, ne Ja, es sind zwei No Ach, Alpha-Wand, dein Ernst Echt jetzt? Einer genockt Ich gehe vor Sprachenlernen Bubble Oh, wow, wow Der muss sich wieder revived haben Okay, der liegt da Hab ihn Hab ihn, SKO Loser Der andere ist oben, der kommt jetzt Ab ihn Er ist weiter tot Alles gut Wir sind jetzt der Top 10, Bruder Gute Arbeit, Philipp, Alter Echt, mein Puls, der ist schon wieder am Rasen Das geht zu anderen Wegen Spannung oder wegen Wut? Ne, Spannung Okay, aber ich sehe schon, das ist so ein geldloser Modus Inzwischen Was hast du dir gekauft? Ich habe jetzt wieder Selbstwiederbelebung Selbstwiederbelebung, das ist keine dumme Idee Sich das zu kaufen Zu teuer, Bro Gut, wenn man sich bei Kollegen was leiden Oh, fuck Sniper auf dem Dach Okay, kannst Danke Panzerplattenbandel, Drohne Selbstwiederbelebungskit Danke Oh, du mein heiliges Thermalwizier Ah, du ekelhafter Du spielst mit Thermalwizier Ich komme Ich bin da oben Oh, das ist vor mir Nein Er lebt mich wieder Hinter dir Genau an der Grenze Ich nehme gerade Panzerplatten Huh, war das knapp, Philipp Okay, der ist links Ich sehe ihn, ich werde über ihn anzugreifen Schild noch Ah Ab ihn Nein Ich habe dir deinen Selbstrevive sonst wo entschickt Ich nehme dein Geld mit Ja, ne Zieh mich ab Ja Da, wo du bist, brauchst du es doch gar nicht mehr Ich kann dir meine MP5 geben, oder? Wird du das Sturmgewehr lieber? Mir ist das egal Hier, komm, ich gebe dir mein Sturmgewehr Das ist gut ausgerüstet eigentlich So, wie kann man es ablegen? Mit unten, ne Waffe fallen lassen Hier Ja, gut Kann ich in ein Video kommen? Was? Ach, weil Zode ist, oder was? Ey, echt jetzt? Nach hinten ist, ja Ja, ist auch Ah, das ist doch Ah, nein, 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 nein Scheiße Top 5, Alter Ey, das ist aber cool Ja, das war auf jeden Fall so ein Game, wo ich sage Boah, es hat mega Bock gemacht War richtig cool Du hattest Gun Game Du hattest lustige Momente So muss das eigentlich sein Bevor wir jetzt zu unserer Hunde mit dem Heli kommen Möchte ich euch die Gamertags Unserer Sieger oder der Gegner Einfach nicht vorenthalten Also ich fand die auf jeden Fall nicht schlecht Wagenblaster Witzel Geil 20 Minuten später Also wenn da jetzt nichts ist, ne Dann falle ich vom Glauben ab Oh, MP5, Alter Liebe Oh, Hybridvisier LMG It was at this moment that he nimm He fucked up Nein Und ich laufe in zwei Leute rein Das kann nicht sein Das kann nicht sein Leckt mich Später Sag jetzt nicht, dass es dein Ernst ist Och du Die ekelhaften, Alter Die kämpft man unserer Kiste Gondel Fahr Fahr Gondel Fahr Nein Alter Das kann nicht sein Jetzt kannst du ruhig Stiggez Stell dir die Heli Zwei Stunden später Ich glaube, die haben halt alle nicht möglich was, um mich rauszuholen Das kann nicht wahr sein Wir gewinnen jetzt echt durch Stiggez, oder was? Das noch Noch drei Leute, Alter Wenn du es schaffst Ey, wenn du es wirklich schaffst Ich stehe dir vor, die machen jetzt so ein Doppel-Lockout Ja, das Gift macht das ja schon Guck mal Die müssen ja immer mit Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst Wir gewinnen Zwei Die Zone wird ja jedes Mal kleiner, glaube ich, ne? Ja Ey, du musst ja nur auf Bist jetzt runtergesprungen? Oh, oh One on one, Philipp Was? One on one? Ja Zwei Spieler sind noch da Die Panzerplatten Du hast dich voll Gotcha, bitch Nein 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 Das kann ich Die Panzerplatten jetzt Ja, hätte ich vorher machen müssen Scheiße, egal Wir haben trotzdem Sieg bekommen, Alter In Warzone mit einem Helikopter-Fighter Wie geil, Alter Ja, kann man mal machen auf jeden Fall Man kommt einfach in den zweiten Platz Während der Kollege mit dem Helikopter fliegt Hätte er mal besser auf mich gehört Dann hätten wir vielleicht noch den Sieg davon getragen Fall, den Panzerplatten Ja, okay Er hat auf mich gehört Alles klar Aber es war cool Hat Spaß gemacht Wenn euch das Video gefallen hat jetzt Könnt ihr eine dicke, fette Bewertung dalassen Liken, wenn es euch gefallen hat Disliken, wenn nicht Und ich würde dann mal sagen Tschüss Bis dann Und wir sehen uns bei einem neuen Video Bis dann